Über den Buddhismus ist so viel geschrieben worden, dass man kaum weiß, wo man anfangen soll. Vielleicht ist der beste Ort die erste Predigt des Buddha, nachdem er erleuchtet wurde. Dies ist die Essenz des Buddhismus, auch bekannt als die vier edlen Wahrheiten und der achtfache Pfad. Erste edle Wahrheit, wenn du lebst, wirst du leiden. Wir Menschen sind unvollkommene Wesen, und die Welt, in der wir leben, ist auch unvollkommen. Auf unserer Reise durch das Leben leiden wir mit Sicherheit unter körperlichen Schmerzen aufgrund von Krankheiten und Verletzungen sowie unter emotionalen Schmerzen aufgrund einer Vielzahl von psychologischen Faktoren. Aber nicht unsere gesamte Zeit wird mit Leiden verbracht. Manchmal erleben wir Freude und Genuss. Eine vergnügungssuchende Person verstärkt ihr Leiden, weil zu erwarten ist, dass das Leiden überhaupt nicht auftreten sollte. Diese unerfüllte Erwartung führt zu Selbstmitleid, das ist nicht fair. Das sollte nicht passieren. Warum ich? Ich arme. Die erste edle Wahrheit rät daher den Menschen, Leiden als unvermeidlich anzusehen, wenn sie sich in dem unaufgeklärten Zustand befinden, in dem die meisten Menschen die meiste Zeit leben. Wenn Glück kommt, genießen sie es, solange es anhält, denn es wird nichts dauerhaft sein. Sie sollten nicht versuchen, daran festzuhalten, als wäre es dauerhaft, denn wenn es geht, wird es sie verärgern. Die erleuchtete Person akzeptiert die Realität der Vergänglichkeit und Unvermeidbarkeit des Leidens voll und ganz, so dass sie, wenn sie auftritt, das Leiden nicht durch ihren Widerstand dagegen erhöht. Akzeptanz ist nicht als Genuss im masochistischen Sinne zu interpretieren. Die erleuchtete Person kann sofort Maßnahmen ergreifen, um das Leiden zu beenden, aber solange es anhält, akzeptieren sie die Realität und lassen es einfach zu, da sie weiß, dass es vergehen wird. Zweite edle Wahrheit, die Ursache des Leidens ist Anhaftung. An irgendetwas Weltlichem festzuhalten, führt immer zu Leiden, da nichts auf der Welt dauerhaft ist und jede Anhaftung an Vergänglichkeit mit Sicherheit Leiden verursacht. Alle weltlichen Wesenheiten, wie das egoische Selbst, soziale Strukturen, Beziehungen, Menschenleben und Kulturen, müssen früher oder später vergehen. Menschen im nicht erleuchteten Zustand bilden auf natürliche Weise Bindungen an diese unbeständigen Dinge und schaffen so die Grundlage für Leiden. Die zugrunde liegende Ursache der Bindung ist das Verlangen, das sich auf vielfältige Weise manifestiert, es kann der Wunsch nach höherem Status, Wohlstand, sexueller Befriedigung, Beliebtheit, Nahrung, Komfort und mehr Besitztümer in aller Art sein, um nur einige der Dinge zu nennen, die die Menschen sich wünschen. Der Erleuchtete versteht die Tendenz, Anhaftungen an weltliche Dinge zu bilden, einschließlich und vielleicht am wichtigsten das Konzept des egoischen Selbst, das Ich, Ich, Ich. Sie arbeiten täglich daran, diese Bindung zu verringern, und erkennen, dass die Objekte unserer Wünsche einst lebensbejahende Ziele waren, die unser Überleben in einer wilden Welt in der evolutionären Vergangenheit erhöhten. Heutzutage müssen in einer zivilisierten Welt diese Aspekte unseres Primitiveren selbst moderiert werden, um Fortschritte zu erzielen. Dritte edle Wahrheit, Sie können Leiden beenden Die dritte edle Wahrheit besagt, dass Sie Ihr Leiden beenden können, indem Sie das Verlangen nach sinnlicher Befriedigung beseitigen und die Anhaftungen an das egoische Selbst und an andere Konzeptühe Strukturen aufheben, die die Möbel Ihres Lebens sind. Die erleuchtete Person arbeitet an der vollständigen Auslöschung jeglichen Festhaltens und Verlangens, um letztendlich das Nirvana zu erreichen, was das Fehlen von Verlangen oder das Löschen der Feuer der Gehe, des Hasses und der Täuschung ist. Sie wissen, dass der Preis, den Sie für diesen glückseligen Zustand zahlen, das Aussterben des egoischen Selbst ist. Ohne Ego gibt es keine Grenzen für den Geist. Die erleuchtete Person, die das Nirvana erlebt, erweitert ihr Bewusstsein, um die ganze Welt zu umarmen und sich mit allen Dingen eins zu fühlen. Ihre Selbstlosigkeit erzeugt unendliches Mitgefühl für alle Lebewesen. Auf diese Weise das egoische Selbst zu überwinden, ist eine Voraussetzung, um dem Kreislauf der Wiedergeburt zu entkommen. Vierte Edle Wahrheit – Beende das Leiden, indem du dem achtfachen Pfad folgst Die vierte Edle Wahrheit besagt, dass man Leiden beenden kann, indem man dem achtfachen Pfad folgt. Es ist nützlich für jeden, der in dieser Welt des Leidens ein moralischeres Leben führen möchte. Die acht Aspekte sind so miteinander verbunden, dass sie ein integriertes Ganzes bilden. Als solche müssen sie nicht in irgendeiner Reihenfolge durchgeführt werden. Der achtfache Weg zielt darauf ab, ihre Weisheit zu verbessern, indem sie die richtige Sichtweise und Absicht üben, ihr ethisches Verhalten, indem sie die richtige Sprache, Aktion und den richtigen Lebensunterhalt üben, und ihre geistigen Fähigkeiten, indem sie die richtige Anstrengung, Achtsamkeit und Konzentration üben. Die Übungen des achtfachen Pfades sind mächtige Mittel zur Transformation im Leben eines Menschen, wenn sie im Laufe der Zeit fleißig geübt werden. Der achtfache Pfad ermöglicht es ihnen, auf eine Weise zu leben, die das Leiden minimiert und das Glück maximiert. Hier ist der achtfache Pfad. Erste, rechte Ansicht Bei der Kultivierung von Right View geht es darum, die vier edlen Wahrheiten in ihrem Leben anzuwenden und sie von einer abstrakten Idee in eine lebendige Realität umzusetzen. Der Erleuchtete sieht die Wahrheit der Welt und erkennt die fehlerhafte und vorübergehende Natur von Objekten und Ideen. Sie sehen die Ursache-Wirkungsbeziehungen, die die Ereignisse der Welt, Karma, verbinden. Dass alle Ideen und Konzepte letztendlich unbeständig sind, verlässt sich der Erleuchtete nicht auf Ideologien und andere externe Erklärungen der Welt, um Right View zu praktizieren. Stattdessen kultivieren sie ihre Intuition und bauen damit ein tieferes und vollständigeres Verständnis der Welt auf, das über die Ebene der Erscheinungen hinausgeht. Zweitens, richtige Absicht Menschen sind willkürliche Wesen, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine Person sie ausübt. Sie könnten den mühelosen Weg beschreiten, ihren Grundbedürfnissen zu erlauben, ihre Handlungen zu leiten, was wenig bewusstes Denken erfordert. Richtige Absicht ist die Verpflichtung, eine bewusstere Person mit einer Einstellung zur Selbstverbesserung zu werden. Auf dieser Grundlage der bewussten Selbstverbesserung schafft die erleuchtete Person eine innere Umgebung, in der sie bewusst von Moment zu Moment die Vorgehensweise wählt, die ihnen hilft, eine bessere Person zu werden. Reitintention hat drei Aspekte, Entsagung, wo sie sich entschließen, der Anziehungskraft verschiedener Wünsche zu widerstehen, Wohlwollen, wo sie sich entschließen, Ärger zu vermeiden, und Harmlosigkeit, wo sie sich entschließen, keinen Schaden zuzufügen und mitfühlend zu sein. Drittens, rechte Rede Worte können mächtig sein. Worte können das Leben eines Menschen verändern oder zerstören, Kriege auslösen oder Frieden bringen. Worte können tatsächlich mächtiger sein als das Schwert, wie große Redner bewiesen haben. Richtiges Sprechen, einschließlich geschriebener Wörter, ist daher das Prinzip, sich immer auf eine Weise auszudrücken, die die Lebensqualität der Menschen verbessert und keinen Schaden anrichtet. Es bedeutet, von Lügen und Täuschungen, böswilliger Sprache, einschließlich Verleumdung, wütender oder beleidiger in der Sprache und müßigem Geschwätz, einschließlich Klatsch und Tratsch, Abstand zu nehmen. Der Erleuchtete sagt daher die Wahrheit, spricht mit warmer Sanftmut, wenn er spricht, und unterlässt es, zu sprechen, wenn er nichts Wichtiges zu sagen hat. Viertens, richtige Aktion Richtiges Handeln kann als das definiert werden, was eine Person nicht tun sollte. Das lässt möglicherweise alles andere offen. Im weitesten Sinne bedeutet richtiges Handeln, keine empfindungsfähigen Wesen zu verletzen, zu stellen oder sich sexuell zu verhalten. Anderen keinen Schaden zuzufügen, deckt ein sehr breites Spektrum von Verhaltensweisen ab. Das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, ist, sich das Leben von Lebewesen zu nehmen. Daher sind viele Buddhisten Vegetarier. Nichtstellen um fast alle Formen von Raub, Diebstahl, Betrug und Täuschung, im Wesentlichen nehmen, was sie nicht das Recht verdient haben, zu haben. Der Erleuchtete ist daher ein gütiger, mitfühlernder Mensch im Umgang mit der Welt. Sie respektieren das Eigentum anderer und üben kein sexuelles Verhalten aus, das anderen körperlich oder emotional schadet. Fünftens, richtiger Lebensunterhalt Beim richtigen Lebensunterhalt geht es darum, seinen Lebensunterhalt so zu verdienen, dass er anderen keinen Schaden zufügt. Von allen möglichen Möglichkeiten, wie eine Person Geld verdienen könnte, sollten sie diejenigen vermeiden, die die Schwächen der Menschen ausnutzen. Rechte Lebensunterhalt bedeutet, dass man von jeder Beschäftigung Abstand nehmen sollte, die den Grundsätzen des richtigen Handelns und der richtigen Rede zuwiderläuft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Handel mit Waffen, den Handel mit Lebewesen, einschließlich Sklaverei, Prostitution und die Aufzucht von Tieren zum Schlachten, Metzgern und zu Fleischverarbeitung und Handel mit Drogen und Giften, einschließlich Alkohol und Freizeitdrogen. Sechstens, richtige Anstrengung Die richtigen Anstrengungen werden unternommen, um so viele Anstrengungen zu unternehmen, wie nötig sind, um die edlen Wahrheiten und den Achtfachen wegzuleben. Einige Menschen neigen dazu, zu rationieren, wie viel Mühe sie aufwenden werden, was sie effektiv von vielen würdigen Bemühungen ausschließt, die anscheinend keine ausreichend hohe Rendite für ihre Mühe haben. Richtige Anstrengung ist eine Einstellung, bei der es mir egal ist, wie viel Anstrengung es kostet, ich werde es tun. Als solches untermauert es Reitintention. Die mentale Energie, die durch richtige Anstrengung verbraucht wird, ist auf Selbstdisziplin, Wahrhaftigkeit und Mitgefühl gerichtet. Dieselbe Energie könnte andernfalls durch die Grundnatur einer Person geleitet werden, um Verlangen, Aggression und Gewalt hervorzurufen. Die richtige Anstrengung stellt sicher, dass diese mentale Energie auf gesunde Weise zum Ausdruck kommt. Die erleuchtete Person unternimmt daher die richtigen Anstrengungen, indem sie verhindert, dass unheils im Geisteszustände in ihnen entstehen, unheils im Zustände, die bereits aufgetreten sind, auflöst, gesunde Zustände, die noch nicht aufgetreten sind, weckt und gesunde Zustände, die bereits aufgetreten sind, beibehält. 7. Rechte Achtsamkeit Rechte Achtsamkeit ist ein Zustand erhöhten Bewusstseins, in dem eine Person die geistige Fähigkeit entwickelt hat, die Welt um sich herum klar und ohne Täuschung zu sehen. Um die Welt klar zu sehen, muss eine Person zulassen, dass Sinneswahrnehmungen empfangen werden, aber nicht zu viel darüber nachgedacht wird. Für viele löst das Empfangen einer Sinneswahrnehmung einen Gedankengang aus, in dem das wahrgenommene Objekt kategorisiert und bedacht wird, bis eine Schlussfolgerung gezogen wird. Diese Schlussfolgerung ist das Produkt einer komplexen Verarbeitung und hat am Ende wenig Ähnlichkeit mit der äußeren Realität, aus der sie hervorgegangen ist, da sie durch die eigenen vorgefassten Ideen gefiltert wurde. Es ist ein Prozess, der die meiste Zeit automatisch und unbewusst abläuft. Bei rechter Achtsamkeit geht es daher darum, sich der Tendenz ihres Geistes bewusst zu werden, Bedeutung aus unserer Erfahrung der Welt zu interpretieren und zu verzerren, und diese Tendenz zu begrenzen, indem sie einfach zulassen, dass die Welt so ist, wie sie ist, ohne sie zu beurteilen oder zu wünschen, dass es anders wäre. Wenn sie dies tun, erfahren sie die Welt vollständiger und erhalten einen intuitiveren Einblick in die Natur der Realität. Die erleuchtete Person hat gelernt, ihren Verstand zu beobachten und zu kontrollieren, wie es geht. Sie haben das Bewusstsein über das Bewusstsein kultiviert. Es ist zweifelhaft, ob irgendeine andere Kreatur auf dem Planeten zu diesem Metabewusstsein fähig ist, da es anscheinend eine Funktion der kürzlich entwickelten Teile des menschlichen Gehirns ist, die andere Tiere nicht haben. Das Trainieren dieser höheren Gehirnfunktionen geschieht bei den meisten Menschen nicht automatisch, sondern muss durch richtige Achtsamkeit gefördert werden. Der Erleuchtete pflegt daher die richtige Achtsamkeit, indem er über die vier Grundlagen nachdenkt. Den Körper, seine Gefühle, wie Abstoßung, Neutralität, Anziehung, seinen Geisteszustand und beobachtete Phänomene. Richtige Konzentration Bei der richtigen Konzentration geht es darum, die Fähigkeit zu entwickeln, die gesamte Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Objekt zu lenken und diesen Fokus über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Alle Aspekte des Geistes sind vereint und arbeiten auf diese einer Aktivität hin. Widersprüchliche und ablenkende mentale Prozesse wurden beseitigt oder in der vereinten Anstrengung sublimiert. Gegenstand dieser Konzentration ist ein Aspekt der edlen Wahrheiten und der achtfache weg. Dies sind gesunde Objekte für die richtige Konzentration. Der Erleuchtete kultiviert die richtige Konzentration durch regelmäßiges Meditieren. Die in diesem Video zum Ausdruck gebrachten Ideen sollten nicht im Widerspruch zu bestehenden religiösen Überzeugungen stehen, da der Buddhismus streng genommen keine Religion ist. Es preist nicht den Glauben an einen äußeren Gott. Es versucht nicht, ihre bestehenden religiösen Überzeugungen zu ersetzen, sondern sie durch praktische, aber tiefgreifende psychologische Prinzipien zu ergänzen. Der Buddha hätte sich aller Wahrscheinlichkeit noch nicht dafür entschieden, seine Anhänger als Buddhisten zu bezeichnen. Vielmehr beschreiben sich seine Anhänger einfach als Followers of the way. Wenn Sie ein kostenloses E-Book dieses Videos im englischer Sprache wünschen, folgen Sie den Links zu Amazon und iTunes in der folgenden Beschreibung. Danke fürs Zuhören.